Das Video beginnt sozusagen mit der Essenz des ganzen Vortrages. Lange malt einen Kreis wie eine Uhr, auf der die folgenden Stationen gewissermaßen die Ziffern sind. Einstellung führt zu ganz bestimmten Gedanken. Gedanken prägen unsere Emotionen. Unsere Emotionen führen zu bestimmten Worten. Das heißt, wenn jemand spricht, erkennst du genau die Einstellung dieses Menschen. Worte führen natürlich zu Taten, Taten zu Gewohnheiten, das zu unserem Charakter. Und schließlich wird daraus unsere Persönlichkeit. Alles beginnt hier. Deshalb erkennt man Sieger am Start. Und viele Menschen denken fahrlässig negativ über sich selbst. Das ging so schnell, dass man gar nicht dazu kommt, an den einzelnen Punkten nachzuhaken. Einstellung führt zu ganz bestimmten Gedanken. Was meint er damit? Ein ganz bestimmtes Denken führt zu einem ganz bestimmten Denken? Nehmen wir mal zu seinen Gunsten an. Er meint, dass eine gewisse Grundeinstellung sich in einzelne untergeordnete Gedanken auffächert. Die Einstellung ist sozusagen die Grundorientierung. Man leitet zum Beispiel aus der Einstellung, dass nur original italienische Küche das Maß aller Dinge ist, den Gedanken ab, dass Nudeln al dente zu kochen sind. Gedanken prägen unsere Emotionen. Man kann immerhin darüber streiten. Wer weiß, inwieweit nicht umgekehrt Emotionen unsere Gedanken prägen. Aber dass Ereignisse Emotionen hervorrufen, weil sie im Konflikt mit unserer Einstellung stehen, ohne uns objektiv zu schaden, dem braucht man nicht zu widersprechen. Unsere Emotionen führen zu bestimmten Worten. Das heißt, wenn jemand spricht, erkennst du genau die Einstellung dieses Menschen. Er verallgemeinert hier so, als wenn es das Natürlichste der Welt wäre. Ich habe bestenfalls einen Eindruck und nicht mal dann ganz genau von der Einstellung eines Menschen, wenn diese zur Sprache kommt. Aber schon die Aussage, unsere Emotionen führen zu ganz bestimmten Worten. Das ist, das ist, da fehlen mir einfach die Worte. Ich bin zu sehr von Emotionen überwältigt, von Fassungslosigkeit, wie man einfach so einen blödsinnigen Satz daher sagen kann. Worte führen natürlich zu Taten. Also, es gibt bestimmt Worte, die zu Taten führen. Und es gibt bestimmt genügend Taten, denen keine Worte vorausgingen. Und jede Menge Worte, auf die keine Taten folgen. Klimakonferenzen zum Beispiel. Taten zu Gewohnheiten. Er muss wirklich schnell machen, damit man bloß nicht über das nachdenkt, was er da sagt. Gewohnheit ist die regelmäßige Wiederholung von Taten, sodass es zu ihnen unabhängig von Willensanstrengung kommt. Aber allgemein Taten führen zu Gewohnheiten ist echter Schwachsinn. Das zu unserem Charakter. Gewohnheiten führen zu unserem Charakter. Und schließlich wird daraus unsere Persönlichkeit. Was ist denn der Unterschied zwischen Charakter und Persönlichkeit? Wenn man lange dran rumdefiniert, wird man schon zu Unterschieden kommen. Aber dass der Charakter mindestens ein Teil der Persönlichkeit ist, sollte einleuchten. Alles beginnt hier. Wir sind wieder bei der Einstellung. Lange ist auch noch ganz stolz darauf, dass er einen klassischen Zirkelschluss produziert hat. Die Einstellung führt zur Einstellung. Irgendwie klingt das auf die Schnelle ja auch nicht so falsch. Denn Einstellung führt zu Gedanken, führt zu Emotionen, führt zu Worten, führt zu Taten. Nur so als Kreis ist das Blödsinn. Sieht aber auf dem Flipchart-Bogen so verblüffend überzeugend aus. Wer ein Beispiel für die Überzeugungskraft von Flipchart-Malereien sucht, wird übrigens bei Rechnen mit Peter Frankenfeld fündig. Deshalb erkennt man Sieger am Start. Mit so einem überzeugend dahergesagten deshalb kann man echt jedes Mitdenken ausschalten. Er hat einen Kreis gemalt, in dem der Anfang zum Ende führt und deshalb erkennt man Sieger am Start. Er kam schließlich da aus, wo er angefangen hat. Und viele Menschen denken fahrlässig, negativ über sich selbst. Wenn das jetzt noch irgendwie mit dem bisher Gesagten zusammenhängen soll, dann vielleicht in dem Sinne, dass eine negative Einstellung sich selbst gegenüber zu entsprechenden Gedanken, Worten, Taten, Gewohnheiten und so weiter führt. Wer möchte dem widersprechen? Vielleicht kann man diese Art rhetorischer Taschenspielertricks so beschreiben. Man haut Begriffe aus der Psychologie raus, die aber auch für jeden eine Alltagsbedeutung haben und pappt sie ungeklärt aneinander. Und weil sich jeder unter den Begriffen ja was vorstellt, wird eine Aura der Pseudo-Erkenntnis erzeugt. Wen das noch weiter interessiert oder wer meint, ich tue Herrn Lange Unrecht, für den mache ich noch eine Weile weiter. Also jetzt zum Beginn des Auftritts. Auftritt Dieter Lange. Die Bühne sieht übrigens klasse aus. Vielleicht muss man das Ganze ja unter dem Entertainment-Aspekt betrachten. Er tritt auf wie ein Schlagerstar und präsentiert ebenso wie dieser im Prinzip Kalendersprüche. Nur, dass er sie nicht singt. Moin Moin. Nördlich der Elbe ist die Welt nicht mehr dieselbe. Sag ich in Bayern immer umgekehrt. Aber hier geht es um Klarheit. Der Klarer aus dem Norden. Und deshalb erlaube ich mir, hier heute Abend auch wirklich mal sehr klar zu sprechen. Ich habe mit den heiligen Schamanen, mit denen ich unterwegs war, sehr viel diskutiert über westliche Werte. Und kurz vor meiner Abreise hatte ich noch ein paar Dinge, wo ich mir dachte, das hast du noch nicht endgültig geklärt. Das nennt sich dann aufgeklärte Gesellschaft. Der Austausch mit heiligen Schamanen ist es, der ihn zur Erkenntnis führte, nicht etwa Forschung, Erfahrung und Denken. Und eine dieser Fragen war, was ist der Schlüssel? Also wirklich der Schlüssel zu einem glücklichen Leben, wenn man so will, auch zu Erfolg. Und die Antwort lautete, ich sprach ja immer Englisch mit denen, Perception is everything. Wahrnehmung ist alles. Wenn deine Wahrnehmung nicht stimmt, wie willst du zu irgendeiner Lösung kommen? Wahrnehmung von was? Lösung von was? Mal sehen, ob das noch kommt. Eine der wesentlichsten Punkte, die ich in diesem Zusammenhang lernen durfte, war, dass das, was wir als unser Ich betrachten, eine reine Illusion ist. Bezieht sich der Begriff Wahrnehmung also auf die Wahrnehmung des Ich? Mal sehen. Das sind Rollen, die wir spielen. Das war uns als Kindern auch bewusst, wenn wir Räuber und Gendarm spielten, Mutter und Kind oder Pilot auf dem Baum. Wir wussten, wir spielen nur eine Rolle. Shakespeare nannte es, die ganze Welt ist eine Bühne, wir sind einfach nur Spieler. Jeder hat seinen Auftritt und seinen Abgang. Was hat das jetzt mit Wahrnehmung zu tun? Sollen wir wahrnehmen, dass wir nur Rollen einnehmen, uns also darüber klar werden, dass wir in verschiedenen Rollen leben? Als Familienmitglied, als Person in einem Freundeskreis und so weiter? Mal sehen. Das war für uns als Kinder völlig selbstverständlich. Moment. Dass wir, wenn wir spielen, eine Rolle einnehmen? Kann sein. Dass unser Ich in verschiedene Ich-Rollen aufgeteilt ist. Die Ich-Illusion ist so zwingend, dass wir, ob als Kinder oder Erwachsene, eben das nicht wahrnehmen. Und wir können uns noch so sehr intellektuell klar machen, dass unser Ich in Rollen aufgespalten ist. Wir nehmen intuitiv nur dieses eine Ich-Ich wahr. Und mit Shakespeare, der ein Bild für die Nichtigkeit der Existenz und des menschlichen Strebens geben wollte, hat das gar nichts zu tun. Aber die unschuldigen Kinder und der weise Shakespeare sind halt prima Gewehrsleute. Und irgendwann haben wir das Gefühl gehabt, weil wir diese Rollen so lange schon spielen, das bin ich. Räuber, Gendarm, Mutter oder Kind? Sind wir nie gewesen. Was denn? Räuber? Gendarm? Mutter? Kind? Und dann versuchen wir irgendwann, das Selbst, mit dem wir geboren wurden, zu verwirklichen. Jetzt bin ich raus. Was bedeutet nochmal die Abkürzung WTF? Das kannst du nicht verwirklichen, indem du irgendwelchen Ego-Trips nachläufst. Das glauben ja die meisten. Jetzt mache ich mal ein bisschen davon, ein bisschen davon. Das sind Ego-Trips. Das haben mit dem Selbst überhaupt nichts zu tun. Was ist denn das Selbst? Vor allem im Unterschied zum Ich. Kommt das noch? Mal sehen. Wenn ich noch einmal mal sehen sagen muss. Das Selbst ist deine Geworfenheit, wie du in dieses Leben kamst. Das ist ein Begriff nach Jean-Paul Sartre. Wir sind in dieses Leben geworfen. Das gilt aber für alle auf gleiche Weise. Das kann kein individuelles Selbst ausmachen, was immer lange darunter versteht. Da muss, und so nennt es die spirituelle Welt, die Zwiebel wieder geschält werden, von allem erlöst werden, womit wir identifiziert sind. Um dieses Selbst überhaupt wieder gewahr zu werden. Spiritualität, Erlösung, Identifikation. Was für Begriffe. Aber wie bitte soll ich erlöst werden, womit ich identifiziert bin? Und was heißt das mit etwas identifiziert sein? Mal sehen, ob das noch kommt. Es gibt zwei Ereignisse, wo wir uns dessen unbindestrich mittelbar gewahr werden. Beides liegt nicht in unserer Hand. Du kannst es nicht mit dem Denken erzeugen. Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Gilt immer im Leben. Und Verstehen kriegt grundsätzlich den Trostpreis. Erleben kriegt immer den Hauptpreis. Jetzt werden hier aber die Sprüche, die Bormos, rausgehauen. Aber jetzt bitte die zwei Ereignisse. Wissen ist eine Datenbank auf deinem Rekorder hier oben. Weisheit ist etwas völlig anderes. Genau. Wissen ist doof und Weisheit hat einen langen weißen Bart und sitzt im Schneidersitz auf dem Teppich. Die zwei Ereignisse bitte. Aber die meisten Menschen sind halt stolz auf das, was sie wissen. Nur dieses Wissen steht uns leider im Wege. Immer dann, wenn es im Leben um etwas Wesentliches geht. Ganz ehrlich, ich fand Wissen immer hilfreich oder es spielte in diesem Zusammenhang keine Rolle. Ich weiß jedenfalls keine Situation in meinem Leben, wo mir Wissen im Wege stand. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass mir Denken und Wissen im Wege stehen, wenn ich Herr Lange noch weiter folgen will. Ich möchte euch das mal an einem Bild demonstrieren. Der Flipchart-Bogen kommt zum Einsatz. Das, wie ich glaube, das am besten illustriert. Bitte, was illustriert? Und wo sind meine zwei Ereignisse? Man kann Menschen nicht führen, wenn man sich selbst nicht führen kann. Du kannst niemanden lieben, wenn du dich selber nicht liebst. Wie soll das gehen? Du hast nichts zu geben. Du kannst niemandem vertrauen, wenn du dir selbst nicht vertraust. Und du kannst niemanden füttern, wenn du verhungert bist. Noch mehr davon? Und meine zwei Ereignisse? Und dir ist nichts bewusst, wenn du dir deiner selbst nicht bewusst bist. Ich gebe es auf. Die zwei Ereignisse kommen nicht mehr. Er malt jetzt einen Fluss, vor dem wir sitzen, der die an uns vorüberziehenden Ereignisse symbolisiert, auf die wir keinen Einfluss haben. Er erklärt uns noch, wie wir wegen falscher Erwartungen unglücklich werden, und der Rest des Vortrags läuft darauf hinaus. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Dass also unsere Einstellungen und Erwartungen etwas damit zu tun haben, wie glücklich und erfolgreich wir uns fühlen. Das ist ja nicht falsch. Aber diese beiden Aussagen werden mit so viel gequirlter Gedankenkacke aufgeblasen. Versprochen. Es wird nicht besser. Auf eine Eigenschaft seines Vortrages will ich aber noch zu sprechen kommen. Auf Pseudo-Etymologie, wie ich es nennen möchte. Und darum heißt dieser Zeitpunkt, in dem Leben stattfindet, Gegenwart. Gegen das Warten. Es wird so getan, als wenn man irgendeine Erkenntnis daraus gewinnt, dass man einen Begriff in seine Bestandteile zerlegt. Was bedeutet jetzt Erwartungen haben? Das bedeutet, viele, viele Enttäuschungen in Kauf nehmen zu müssen. Denn Enttäuschung setzt Erwartung voraus. Wann immer ein Ereignis im Leben nicht so eintrifft, wie du es willst, bist du enttäuscht. Ende der Täuschung. Sehr positiv. Das kennt man von Provinzpfarrern, die Verantwortung erklären als die Antwort, die wir Gott schuldig sind. Oder so. Wobei das immer noch besser ist als Ende der Täuschung. Aber seitdem man nicht mehr in die Kirche geht, braucht man wohl solche Predigten wie diese hier. Kalenderweisheiten muss in solch einer aufgeblasenen Eventumgebung mal zu ihrem Recht verholfen werden. Solange Herr Lange niemandem damit schadet, soll es mir recht sein. Es ist trotzdem irgendwie bedenklich, wenn sich Führungskräfte auf diesem geistigen Niveau belehren lassen und dafür noch jede Menge Geld ausgeben.